Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von MünchenTV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit BusinessTV kennzeichnen. BusinessTV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein BusinessTV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschalten haben. Heute komme ich zu Ihnen ins Wohnzimmer mit unserem wirklich geschätzten bayerischen Innenminister, Herr Herrmann. Schön, dass wir heute mal wieder reden über die tolle Arbeit, die Sie leisten und Ihre Beamtinnen und Beamten. Lassen Sie uns erst einmal reden. Sie sind ja zuständig auch für Staat und Verfassung. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, gehört zum Beispiel jetzt natürlich rein organisatorisch auch die Vorbereitung der Landtagswahlen. Das muss gut organisiert werden. Staat und Verfassung heißt aber auch, dass wir für die Einbürgerung von Menschen da sind, den Antrag auf den deutschen Pass, auf die deutsche Staatsangehörigkeit stellen und wenn sie gut integriert sind, gut Deutsch sprechen können und hier von eigener Hände Arbeit leben können, dann können sie auch nach einigen Jahren ja entsprechend hier eingebürgert werden. Und wir sind genauso, Staat und Verfassung, natürlich für den Verfassungsschutz zuständig, um Menschen im Auge zu behalten, die womöglich gerade diese Republik, diese freiheitliche Demokratie angreifen wollen. Jetzt haben Sie aber auch kürzlich eine wunderbare Medaille verliehen an eine Dame, die 101 Jahre alt ist, die im Grunde so Enkeltrickbetrüger richtig, ja im Grunde, wie soll man sagen, erwischt hat. Sagen Sie doch mal die Geschichte. Ja, es gibt leider ja schon seit einer Weile eine Reihe von solchen Betrügern, die in der Regel Leute, wo sie annehmen, dass sie ein bisschen Vermögen haben, anrufen, denen dann irgendwelche ganz dramatischen, fürchterlichen Storys erzählen, von wegen, dass vielleicht ein Angehöriger jetzt in ganz schwierigen Nöten ist und dringend Geld braucht oder in anderen Fällen behauptet wird, da kämen jetzt demnächst Verbrecher und wollten irgendwas stehlen und sie sollten doch das Geld sicherheitshaber der Polizei geben, da gibt es unterschiedliche Maschen. Ja, da ist so ein Anrufer an eine 101-jährige Frau geraten, die aber in der Tat durch auch die vielen Medienberichte da schon vorgewarnt war und sich dann optimal verhalten hat, die dann andere junge Leute im gleichen Haus informiert hat, sozusagen während des Telefongesprächs, weil sie sagen, sie muss jetzt gerade mal schnell was anders machen oder klären und so, die jungen Leute informiert hat, die die Polizei angerufen haben und wie es dann zu dem Treff mit den eigentlichen Betrügern kam, wo sie dann entsprechend angekündigt hatten, dass die Frau das Geld übergeben soll. Da war die Polizei schon da, konnte die Betrüger festnehmen. Also ganz toll und das muss man schon sagen, die 101-jährige Dame, dass die geistig auf jeden Fall so fit ist, dass sie so schnell reagiert hat, dass sie andere junge Leute entsprechend mit engagieren konnte. Das ist eine tolle Sache und das zeigt, couragiertes Verhalten ist ganz, ganz wichtig. Und wie fühlen Sie sich da, Herr Minister, wenn Sie einer so tollen Dame einfach eine Medaille verleihen? Das ist ja was Schönes auch für Sie, oder? Da hüpft das Herz auch mit. Ja, ich freue mich natürlich riesig. Insgesamt waren es, glaube ich, 31 Damen und Herren aus ganz Bayern, die ich auszeichnen konnte für besonders couragiertes Verhalten. Andere haben auch beim Überfall auf der Straße einer verletzten Person geholfen und an den Täter verfolgt. Man muss natürlich immer schon sagen, was man sich selber zumuten kann, in welche Gefahr man sich begibt. Aber es ist wichtig, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft haben, die nicht nur zuschauen, die nicht etwa wegschauen, wenn etwas Schlimmes passiert, sondern die den Mut haben, sich zu engagieren, anderen zu helfen, aber dann eben auch die Polizei zu alarmieren und vielleicht die Situation schon in den Griff zu kriegen, bis die Polizei da ist. Jetzt ist ja, sagen wir mal, Ihr Beruf ist ja, kann man sagen, die Telefonnummer 24 7365. Das heißt, es passiert immer was in der Welt und Sicherheit muss man ja jeden Tag, jede Stunde im Grunde überwachen oder eben einfach wissen, wo ist die Sicherheit gewährleistet und wo könnte sie vielleicht mal in eine andere Richtung gehen. Wir haben Gott sei Dank ja eine sehr gute Polizei in Bayern und das gilt dann für andere, die auch für Sicherheit zuständig sind, wie unsere Feuerwehren, wie unsere Rettungsdienste und, und, und. Das gilt natürlich genauso. Aber klar ist natürlich auch, ich bin auch immer fast immer jedenfalls erreichbar für die entsprechenden Mitarbeiter im Innenministerium, wenn dann irgendwas ganz Schlimmes passiert, wo irgendwelche Entscheidungen auch von mir erforderlich sind. Aber das Wichtigste ist, dass wir einfach den Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir genügend Polizisten haben, dass wir genügend Einsatzkräfte haben, dass sie gut ausgestattet sind, dass sie gut ausgebildet sind und, und, und. Und da können wir uns in Bayern, glaube ich, schon sehr glücklich schätzen. Und das zeigen ja auch im Endergebnis, wenn ich an die Kriminalitätsbekämpfung denke, wir sind das sicherste Land in Deutschland, wir haben die niedrigste Kriminalität und das ist ein Ergebnis dieser großartigen Arbeit, gerade auch unserer Polizistinnen und Polizisten. Jetzt, wenn man mal zurückblickt, Sie sind seit 2007 Innenminister von Bayern. Die Polizisten und Polizistinnenanzahl ist gewachsen. Also, ich glaube, um 8.000 oder so. Ja, das ist in der Tat dringend notwendig gewesen. Wie ich angefangen habe, 2007, 2008 hatten wir etwa 37.000 Stellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen Polizei. Und wir sind jetzt in diesem Sommer bei 45.000 angekommen. Das heißt, wir haben über diese 15 Jahre ein Wachstum von etwa 8.000 Stellen. Das ist einmalig in ganz Deutschland. Das hat es sonst nirgends gegeben. Es ist aber auch notwendig, weil diesen Status, dass wir eben weniger Kriminalität haben als in anderen Ländern, den erreicht man nur mit entsprechend konsequentem Einsatz. Da braucht man genügend Polizisten. Wir fänden natürlich auch moderne Technik ein. Und da gibt es da eine Videoüberwachung und da die modernsten Mittel auch zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Aber letztendlich brauchen wir eben auch Männer und Frauen, die das alles leisten, die auf der Straße genauso unterwegs sind wie eben in den zum Beispiel Dienststellen der Kriminalpolizei und, und, und. Wir haben da starken Nachwuchs für die Polizei. Und deshalb stehen wir gut da. Wir sind ja auch, was die Einwohnerzahlen anbetrifft, nach wie vor wachsendes Land, weil wir auch Arbeitskräfte brauchen. Bayern ist da gewachsen. Der Verkehr nimmt auch ständig weiter zu. Wir haben neue Herausforderungen, wenn ich an Cyberkriminalität denke. Und deshalb brauchen wir auch mehr Männer und Frauen in der Polizei. Und natürlich auch im Verkehrsbereich. Es gibt unglaublich viele Radfahrer. Auch da gibt es, sagen wir mal, manchmal Dinge, wo schwere Unfälle sind und wo man sagt, der Radfahrer ist ja bei Rot durchgefahren. Und das ist ja dann auch alles, was dann irgendwann mal entweder bei einem Anwalt landet oder eben dann schlussendlich vor Gericht oder erst mal bei der Polizei. Das gilt für Verkehrsvergehen von Autofahrern, von Radfahrern, manchmal sind es sogar die Fußgänger, für alle Verkehrsbeteiligten. Ich sage immer, wenn sich alle an das hielten, was schon im Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung steht, nämlich ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, dann könnte man die Unfallzahlen ohnehin noch weiter reduzieren. Aber es zeigt eben auch, dass wir einerseits mit sehr viel technischem Fortschritt in Kraftfahrzeugen in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, was es an Schutzausstattung gibt, wenn ich an den Gurt denke, im Auto und Airbags und automatische Bremssysteme und vieles andere mehr. Die Autos sind sicherer geworden und die Menschen sind auch etwas klüger geworden. Es ist aber auch notwendig, dass wir immer wieder Kontrollen durchführen seitens der Polizei. Geschwindigkeit und Rollen, weil es eben wichtig ist, dass man sich an Tempolimits hält. Und natürlich auch Alkoholkontrollen, da merkt man, insgesamt ist das Verhalten der Menschen besser geworden. Und wir haben es geschafft, insgesamt in Deutschland, aber auch konsequent bei uns in Bayern, in den letzten 30 Jahren die Zahl der Verkehrstoten deutlich nach unten zu bringen, obwohl der Verkehr ansonsten weiter gewachsen ist. Und das ist das Wichtige. Wir wollen ja die Mobilität der Menschen in unserem Land, aber die Menschen sollen ja möglichst auch sicher ankommen, ohne dass sie vorher einen Unfall erleiden. Und daran arbeiten wir. Jetzt das Thema Migration ist ja auch ein Thema und Integration. Was macht Ihnen da Sorgen momentan? Wir haben jetzt ganz einfach wieder viel zu hohe Zahlen von Asylbewerbern. Wir haben im vergangenen Jahr den großen Zugang der Flüchtlinge aus der Ukraine gehabt. Ich glaube, da haben wir gespürt, dass da bei vielen Menschen große Hilfsbereitschaft da war. Da haben manche sie sogar in die eigene Wohnung aufgenommen. Insgesamt haben wir allein im vergangenen Jahr etwa 150.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Bayern aufgenommen. In Deutschland waren es knapp eine Million. Also schon eine riesige Zahl. Wir haben allein in Bayern mehr aufgenommen als die ganze Französische Republik. Also das war schon enorm. Wie viel waren das? Aber wir haben in Bayern eben etwa 150.000 und die Franzosen deutlich weniger. Also das ist schon bemerkenswert. Aber auf der anderen Seite sind jetzt leider auch wieder die Zahlen der Asylbewerber aus anderen Teilen der Welt massiv in die Höhe gegangen. Leider tut die Bundesregierung nahezu nichts dagegen. Es hat immer wieder vollmundige Ankündigungen gegeben. De facto steigen die Zahlen immer weiter in diesem Jahr enorm. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr schon über 200.000 neue Asylanträge und das steigt und steigt. Also wir spüren einfach, wir wollen ja gerne vielen Menschen helfen, aber wir spüren, dass viele Kommunen ans Limit kommen, an die Grenzen kommen, das nicht mehr leisten können, noch mehr aufzunehmen. Da geht es ja nicht nur um Dach über dem Kopf für den nächsten Tag, sondern wie sieht es dann in den Kindergärten für die Kinder der Flüchtlinge aus oder in den Schulen und, und, und. Und viele sehen eben, da kommen auch welche, die eigentlich überhaupt keinen Fluchtgrund haben, keinen echten, außer dass sie sich eine wirtschaftliche Verbesserung bei uns erwarten. Oder auch Richtung Sozialsysteme gehen. Das ist genau das Problem. Wir leisten uns in Deutschland leider eine Situation, dass gegenüber den Asylbewerbern mehr gezahlt wird als in jedem anderen europäischen Land. Und wir haben auch die, meines Erachtens, extrem ungute Situation, dass selbst dann, wenn die zuständigen Bundesbehörden das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entschieden hat, da ist jemand, der hat keinen Anspruch, hier zu bleiben. Dass dann nicht gesagt wird, ja, was aus meiner Sicht logisch wäre, ja, wenn der kein Recht hat, dann wird jetzt auf jeden Fall auch das Geld massiv gekürzter. Und der muss jetzt selber schauen, dass er unser Land so schnell wie möglich verlässt, wozu er ja einen Bescheid bekommen hat vom Bundesamt. Sondern bevor wir den nicht zwangsweise ausweisen, also abschieben, kriegt er die volle Höhe der Sozialleistungen weiter. Ich halte das wirklich für ein absurdes System. Das ist auch in den meisten europäischen Ländern schon anders. Und das muss dringend von der Bundesregierung geändert werden. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Business Partner. Die folgende Sendung ist ein Business-TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Aber wieso geht der Bayern nicht noch massiv hervor Richtung Bundesregierung? Weil die Sozialsysteme, die dienen ja auch für Menschen, die hier leben. Also, ich sage mal, Deutsche, die dann auch, die Kassen werden ja doch nicht voller, sondern eher leerer. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Und selbst bei den ukrainischen Flüchtlingen haben wir das ja im vergangenen Jahr erlebt. Wir wollten da ja gerne helfen. Aber das Gesetz hat eindeutig vorgesehen, auch wenn in einem solchen Fall Krieg in der Ukraine, da gibt es ja spezielle Regelungen des europäischen Rechts, dann die Flüchtlinge bei uns aufgenommen werden, dann wäre nach den deutschen Regelungen zunächst einmal die gleichen Leistungen wie bei Asylbewerbern zu zahlen gewesen. Die Ampelregierung in Berlin hat dann mit ihrer Mehrheit im Bundestag kurzfristig beschlossen, nein, die Ukrainer kriegen alle dann gleich die volle deutsche Sozialhilfe. Die erhalten jetzt das Bürgergeld. Wir waren da von Bayern aus strikt dagegen, haben das für falsch gehalten. Es ist trotzdem so beschlossen worden. Wir haben halt leider im Moment in Berlin keine Mehrheit. Und wir sehen das Ergebnis, dass natürlich zunächst eine große Bereitschaft von Ukrainerinnen und Ukrainern da war, sich einen Arbeitsplatz bei uns zu suchen. Und das hat, ich will niemandem persönlich einen Vorwurf machen, aber es hat einfach von der Statistik her sichtbar nachgelassen, nachdem manche gesehen haben, wie viel er hier an Geld in Deutschland bekommt, ohne dass er was arbeitet. Das ist generell übrigens auch gegenüber manchen deutschen Mitbürger, der keine große Lust hat zu arbeiten, ein paar wenige soll es ja geben, einfach die falsche Botschaft, die im Moment läuft. Wir wollen denen, die nicht arbeiten können, aus Krankheitsgründen, aus anderen Gründen, denen wollen wir helfen. Das gehört zu unserem Sozialstaat. Aber dass wir immer mehr Leute haben, die, obwohl sie arbeiten können und obwohl ihnen dann Arbeitsplätze angeboten werden, trotzdem nichts arbeiten und dann man sagt, ja, dafür kriegen sie ja Bürgergeld. Das, glaube ich, geht zu Recht eine ganze Menge unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zurzeit jetzt ziemlich auf den Geist. Jetzt lassen Sie uns vielleicht mal sprechen über ein aktuelles Thema, und zwar die Klimaaktivisten. Jetzt kann man sagen, Klimaaktivisten ist das eine, manche sagen Klimakleber, die anderen sagen Klimaterroristen. Also macht Ihnen das große Sorge, weil das ja zum Teil, also es ist ja unberechenbar, die kleben auf der Straße, ihre Beamtinnen und Beamten sind ja nett, sie müssen sie befreien etc., aber dann gehen sie am nächsten Tag woanders hin und kleben wieder. Wie geht die Polizei da vor? Da haben Sie auch jetzt ja schon gute Erfolge. Wir garantieren das Demonstrationsrecht, wir garantieren entsprechend Meinungsfreiheit in unserem Land, das ist überhaupt keine Frage. Aber Demonstrationsfreiheit bedeutet nach dem Gesetz, dass man eine Versammlung anmeldet, in der Regel ein paar Tage vorher, an welchem Weg will man gehen oder auf welchen Platz will man demonstrieren. Dann kann sich die Polizei darauf einstellen, übrigens auch andere Rettungsorganisationen darauf einstellen, wenn die Straße ist da von 16 bis 18 Uhr gesperrt, dann weiß man von vornherein, wenn irgendwo Feuerwehr gebraucht werden, wenn Rettungswege gebraucht werden, dann müssen wir die andere Straße nehmen. Und auch für die Bevölkerung weiß, dass da demonstriert wird. Die Bevölkerung kann sich auch darauf einstellen etc. Nein, diese Klimakleber wollen ja ganz bewusst die Menschen ärgern und damit mit immer unangemeldeten Aktionen hier Unruhe durcheinander, Staus produzieren und, und, und. Die Landeshauptstadt München hat dankenswerterweise mit einer klaren Verordnung reagiert, weil wir schon Fälle hatten, dass dann zum Beispiel Rettungswägen im Stau stecken geblieben sind. Und diese Klimaaktivisten erklären zwar, ja, wenn da ein Rettungswagen kommt, dann gehen wir aus dem Weg. Das geht zwar, wenn sie festgeklebt sind, auch gar nicht so schnell. Aber das Entscheidende ist, dass die das ja gar nicht mitkriegen. Da ist ein Kilometer Stau, wenn die sich auf die Straße kleben und ganz am Ende kommt der Rettungswagen. Da nützt es gar nichts, wenn dann die vorne sagen, ja, sie würden ja jetzt aus dem Weg gehen, wenn der Rettungswagen kommt. Aber es geht ja auch immer um lebensrettende Maßnahmen. Genau, da geht es ja oft auch um Minuten, wenn der Notarzt zu einem Herzinfarktpatienten kommt und Ähnliches mehr. Also, ich bin dankbar, dass die Landeshauptstadt München jetzt für viele wichtige Straßen und Plätze, die für die Rettungswege von Feuerwehren, von Rettungsorganisationen wichtig sind, dann ein absolutes Verbot von solchen Aktionen ausgesprochen hat. Ich sage, es gibt viele andere Straßen, wo man demonstrieren kann, aber an denen hier entsprechend nicht. Und wenn dann trotzdem dagegen verstoßen wurde, war das ein hinreichender Anlass für die Polizei, diese Leute dann natürlich einerseits sehr schnell wegzubringen von der Straße. Aber es sind dann auch einige in Gewahrsam genommen worden. Und es waren jetzt zeitweilig während der IAA doch über 30 Personen im Gewahrsam der Polizei nach richterlicher Anordnung. Die Polizei kann das nicht selber entscheiden, sondern es muss ein unabhängiger Richter genehmigen. Es waren ja über 30, die da in Gewahrsam waren, weil das einfach für die übrigen Menschen nicht, es ging jetzt nicht um die Autos bei der IAA, sondern um die Menschen, die in dieser Stadt leben, die gegebenenfalls auch gerettet werden wollen. Und es geht auch nicht, dass der ganze Verkehr ständig lahmgelegt werden soll in dieser Stadt. Da lassen wir uns nicht auf der Nase rumtanzen. Und da hat die Münchner Polizei insgesamt aber wieder einen, meine Damen und Herren, wirklich sehr guten Job gemacht. Wie sind denn so die Dialoge zwischen Ihren Beamtinnen und Beamten und diesen Klimaaktivisten? Sind die aggressiv oder gibt es da Aggressive? Oder sagen die einfach nur, ich klebe mich jetzt fest und das reicht? Das ist ganz unterschiedlich, muss man ehrlich sagen. Es gibt auch bei diesen Klimaaktivisten sehr unterschiedliche Leute. Und da gibt es manche, die sind schon ziemlich aggressiv. Manche wollen auch dann ein polizeiliches Einschreiten provozieren. Da merkt man, manche wollen auch gerne in so eine Märtyrerrolle. Und insgesamt ist aber so, die Polizei versucht, das engagiert anzugehen, die Straßen so schnell wie möglich freizuräumen. In den meisten Fällen gelingt das jetzt schon in, sagen wir mal, einer Dreiviertelstunde. Und im Moment, wo sich da einer hinsetzt, festklebt, ist die Polizei den wieder dann mit Lösemitteln, die festgeklebten Hände abgelöst hat und so weiter. Also nach einer Stunde sind in den meisten Fällen die Straßen wieder frei. Trotzdem ist das extrem ärgerlich. Und das ist natürlich auch eine enorme Arbeitsbelastung für die Polizei. Und auch teuer. Wenn da, da müssen ja zig Beamte im Einsatz sein. Das verstärkt natürlich da auch wieder die Arbeitsbelastung. Da hat man dann derweilen für Anreis nicht so viel Zeit. Aber es ist klar, dass wir eben auch ein Zeichen setzen wollen, dass wir uns damit nicht abfinden. Und während der IAA, das geht ja gleitend in andere Aktionsfelder über. Da ist nicht jeder für alles verantwortlich. Übrigens die Mehrzahl der Klimaaktivisten, die hier in den letzten Wochen hier in Bayern unterwegs waren, die haben ja angefangen von Aschaffenburg über Würzburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg, bis sie in München angekommen waren, haben das jetzt wochenlang so durchexerziert. Die Mehrzahl war jeweils von außerhalb Bayerns. Das sind Aktivisten, die da werden extra organisiert, aus ganz Deutschland hier zusammengeführt, um hier ein Zeichen zu setzen. Also die Mehrzahl, so viele Leute aus Bayern hätte es gar nicht gegeben, die diesen aus meiner Sicht wirklich Unfug mitmachen. Aber wir wollen jedenfalls deutlich machen, dass wir uns sowas nicht gefallen lassen. Das ist rechtswidrig. Ich hoffe, dass die Richter dann auch, wenn die eigentlichen Strafverfahren stattfinden, da entsprechend schon auch eine deutliche Sprache ist. Aber diese ganzen Aktivisten, die werden ja polizeilich erfasst. Ja. Geht man da auch mal rein? Bei jedem die Identität. Bisschen tiefer, also vielleicht auch die Familie? Ja, die Familie hat mit einer solchen Tat natürlich in der Regel nichts zu tun. Dafür spricht auch in der Regel nichts. Sondern das sind Leute, übrigens ja nicht nur Junge, da sind ja durchaus auch 50, auch 60-Jährige dauernd mal dabei. Die Mehrzahl sind schon jung. Ja, das ist straff durchorganisiert, das muss man sehen in ganz Deutschland. Da werden klare Ankündigungen gemacht und man spürt dann im Alltag, das ist dann auch so. Wenn die ankündigen, morgen machen wir nichts, dann kann man sich darauf verlassen. Da findet dann tatsächlich in Deutschland nichts statt. Also merkt man schon, da ist eine klare Kommandostruktur. Das entscheidet nicht irgend so ein Aktivist selber, wo er gerade was machen kann, sondern da gibt es offensichtlich klare Anweisungen, wer wann wo was macht. Aber da gibt es ja dann auch, sagen wir mal, so Rädelsführer, die, das muss ja organisiert werden. Es ist erkennbar, wer da sozusagen entsprechend die Fäden zieht. Und dann gibt es Leute, die sind für die Pressearbeit zuständig. Und da werden manche dann in die Fernsehsendungen geschickt. Und ja, das ist schon straff organisiert. Da sind ein paar dabei, wo man spürt, denen ist wirklich das Klima ein Anliegen. Aber es ist offenkundig, dass da auch einige dabei sind, die letztendlich diesen Staat insgesamt auch in Misskredit bringen wollen, die insgesamt auf Kriegsfuß sind mit unserer ganzen Republik, mit unserer Demokratie. Da gibt es ja dann auch andere Organisationen wie Extinction Rebellion und dergleichen, die jetzt zum Beispiel die großen Autobahnblockaden in den Niederlanden organisiert haben. Also das ist nicht alles das Gleiche, aber man spürt, wie viel es ineinander übergeht. Ist das irgendwie, kann man das sagen, ist auch so ein bisschen sektenhaft oder so? Sektenhaft weiß ich nicht recht, ob das der richtige Begriff ist. Ja, wir versuchen natürlich untereinander da sehr stark, sich einzuschwören auf diese Themen. Aber letztendlich ist schon das größere Problem, dass sich manche da hineinsteigern. Man nennt sich, das würde vielleicht am ehesten auch zu diesem Thema sektenhaft passen, selbst Last Generation. Ich halte das ja für völlig fehl am Platze. Entspricht übrigens auch nicht der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Klimaschutz. Wir müssen was tun für den Klimaschutz, wir müssen uns da wirklich engagieren. Aber es ist ja nicht so, dass von den Leuten der Weltuntergang prophezeit wird. Aber es passierte im Klimaschutz unglaublich viel. Richtig. Unglaublich viel. Und wir müssen eben vor allen Dingen deutlich machen, wir werden gerade von Bayern aus, von Deutschland aus, ja, einen vernünftigen Beitrag nur gerade mit den modernsten Technologien leisten können. Die Botschaft für Klimaschutz kann nicht sein, wir fallen da jetzt wieder aufs Mittelalter zurück, sondern nur mit den modernsten Technologien werden wir sehen, dass wir einerseits die Bevölkerung ernähren können, die Energielieferungen sicherstellen können, wohlgemerkt dann eben möglichst ohne CO2-Ausstoß. Das ist das Entscheidende für den Klimaschutz. Daran müssen wir arbeiten. Da brauchen wir intelligente Leute, da brauchen wir Spitzenforschung und so weiter. Gerade das treiben wir in unserem Land voran. Und darin liegt die Zukunft, nicht indem wir uns jetzt sozusagen da ins Mittelalter zurückziehen. Ich weiß jetzt nicht, was Kanzler Scholz in Indien zum Thema Klimaschutz besprochen hat, also mit dem indischen Premierminister. Denn da kommt ja richtig auch die Giftwolke her oder in China oder in den USA. Also wir sind ja im Grunde irgendwo bei zwei Prozent der Verschmutzung. Also da gehört ja viel mehr dazu. Und wir tun wirklich gerade in Bayern unglaublich viel. Unglaublich viel. Und das muss man da mal besser auch verkaufen. Wir sind da, denke ich, dauernd unterwegs. Wir haben ja in Bayern beispielsweise Stromproduktion aus Wasser. Das war etwa, da waren wir in Bayern führend. Das waren die Ersten, was Oskar von Miller hier inszeniert hat für über 100 Jahre. Da sind wir in Bayern immer überdurchschnittlich gewesen. Wir sind in Bayern überdurchschnittlich in der Photovoltaik. Wir haben in Bayern auch eine längere Sonnenscheindauer jedes Jahr, als sie durchschnittlich zum Beispiel in Norddeutschland der Fall ist. Darum ist das auch besonders naheliegend, dass wir Photovoltaik weiter ausbauen. Da müssen wir auch jetzt viel tun, geht jetzt viel voran. Da können wir noch auf viel mehr Dächern auch zum Beispiel in München Photovoltaik installieren. Da können wir eine ganze Menge tun. Und wir werden jetzt auch noch mal mehr Windräder errichten, auch zum Beispiel im Staatsforst, wo wir uns dann selber von Seiten des Staates drum kümmern, dass da Windräder gebaut werden. Wir sind da insgesamt schon wirklich gut unterwegs. Da muss aber noch mehr geschehen, gar keine Frage. Wir müssen aber gerade die Stromproduktion voranbringen, weil wir merken ja auch die ganze Digitalisierung und auch die Umstellung des Verkehrs zum Beispiel auf Autos mit Elektromotor, bedeutet mehr Stromverbrauch. Wir wollen die herkömmlichen fossilen Energien reduzieren, aber wir brauchen dann noch mehr Strom. Also müssen wir noch mehr in die Stromproduktion investieren. Aber ich bin sehr zuversichtlich, wir werden das in Bayern gut hinkriegen. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wir spüren auch aktuell, wir müssen dabei die Kosten mit im Blick halten. Denn dass aktuell schon Firmenarbeitsplätze stilllegen, manche Investitionen ganz gezielt ins Ausland verlagert wird, weil in Deutschland die Energiekosten und speziell die Stromkosten so hoch sind. Das dürfen wir nicht ignorieren. Und es nützt nämlich nichts, wenn wir sagen, ja, wir sind für den Klimaschutz und am Schluss sind die Hälfte der Menschen in Deutschland arbeitslos. Das wäre keine vernünftige Perspektive der nächsten Jahre. Aber Sie sagten es zuerst schon mal im Gespräch, die Stimme von Bayern in Berlin, die ist ruhiger geworden. Wobei, die Stimme ist ja da. Nein, die Stimme ist nicht ruhiger geworden. Wir, denke ich, äußern uns sehr klar und deutlich, das Problem ist, dass wir auf eine totale Ignoranz in Berlin stoßen. Ja, weil es ist ja auch kein Ministerium hier vorhanden. Weil die Bundesregierung hat ja, sagen wir mal, erst überhaupt kein Mitglied, das in Bayern zu Hause ist. Das ist, soweit ich das sehe, seit 1949 die erste Regierung der Bundesrepublik Deutschland, in der kein Bayer oder Bayern-Mitglied ist. Das ist schon bemerkenswert. Was da auch am Know-how verloren geht. Das ist natürlich auch die Ignoranz gegenüber jeder Kritik. Das geht ja in allen Themen so durch. Egal, ob es um die Flüchtlingspolitik geht, um die Energiepolitik und vielen anderen. Man lebt jetzt von vornherein ab, sich mit auch anderen Vorschlägen, anderen Überlegungen, mit ernsthafter Kritik, konstruktiver Kritik auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe das auch in formalen Prozessen innerhalb des Verhältnisses zwischen Bund und Ländern. Es findet formal eine Anhörung zu einem Gesetzentwurf statt, die darin besteht, dass am Montag um 15 Uhr per E-Mail Gesetzentwürfe verschickt werden, mit der Bitte an die Länder bis Dienstag 12 Uhr Stellung zu nehmen. Unglaublich. Das ist natürlich eine Botschaft, wo man von vornherein sagt, wir sind gar nicht interessiert daran. Oder ist sie uns sowieso wurscht, was sie da schreibt. Wir machen das sowieso so, wie wir wollen. Und deswegen geht es einerseits natürlich um manche ideologischen Ziele, die von dieser Ampelregierung verfolgt werden. Aber es geht in der Tat reihenweise auch um echte handwerkliche Fehler, die man sich, selbst wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, das ich nicht unbedingt teile, wo man es aber jedenfalls wenigstens einigermaßen organisatorisch vernünftig hinkriegen würde. Aber es wird abgelehnt einfach. Man will den Sachverstand der Länder überhaupt nicht haben und den von Bayern schon gar nicht. Und das ist ein Thema, das muss man halt dann alles dafür tun, das spätestens bei der nächsten Bundestagswahl zu ändern. Aber da sind ja noch einige Jahre da. Und deshalb, ja, zwei. Zwei, ja, genau. Und darum ist es natürlich umso wichtiger, dass wir versuchen, alles, was wir in Bayern selbst regeln können, umso klarer und stärker entsprechend weiter voranzubringen. Das ist richtig. Jetzt lassen Sie uns auf ein wichtiges Thema kommen. Und zwar Ihre Polizistinnen und Polizisten. Die machen, wir haben das ja schon mal vor einiger Zeit besprochen, aber die machen einen sensationellen Job. Ja, das kann man wirklich nur sagen. Wir haben eine super Polizei in Bayern, tolle Frauen und Männer mit einer großartigen Einsatzbereitschaft, was wie überall im Leben nicht heißen soll, dass unter, wie gesagt, 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht irgendwo auch mal ein schwarzes Schaf ist. Aber die allermeisten machen wirklich einen super Job. Und wir spüren auch, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sich da sehr gut aufgehoben fühlen, dass unsere Polizei ein sehr gutes Image hat. Und hohe Sympathie-Werte. Und die Menschen wissen, was sie an unserer Polizei haben. Wie gehen Sie denn mit diesen wunderbaren Beamten und Beamten um? Also Sie sind ja der oberste praktisch Dienstherr. Wie stolz sind Sie auf diese Beamtinnen und Beamten? Ich bin natürlich sehr stolz, weil das tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und weil sie ja auch ein sehr gutes Arbeitsergebnis in puncto Sicherheit der Menschen in unserem Land haben. Wir versuchen neben dem, dass wir eben die Personalstärke weiter aufgebaut haben, natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Polizei auch ihren Dienst bestmöglich zu unterstützen durch gute Ausstattung, durch gute Bewaffnung, durch gute Schutzausrüstung. All das haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich in allen Bereichen weiter verbessert. Jetzt sind wir gerade dabei, acht neue Hubschrauber zu beschaffen, die im Alltag auch ganz wichtig sind. Wir haben das Glück in Bayern, dass wir die im eigenen Land bestellen können. Die werden bei Airbus in Donauwörth produziert und sind dann die modernsten Polizeihubschrauber der Welt, wohlgemerkt. Ja, aber das können die alles. Mit der allerbesten Ausstattung. Die sind dazu da. In Zukunft sind das stärkere Hubschrauber. Da kann ein Hubschrauber jeweils acht Leute aus zum Beispiel einem Spezialeinsatzkommando entsprechend befördern, wenn wir jetzt irgendwo mit einem Terroranschlag oder dergleichen zu tun haben. Diese Hubschrauber sind aber genauso dazu in der Lage, bei einem Waldbrand in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr einen großen Löschwasserbehälter aufzunehmen und den dann über einem brennenden Waldgebiet auszugießen. Da kann jetzt die neuen Hubschrauber werden, einen doppelt so großen Behälter aufnehmen können als die alten das konnten. Das sind Hubschrauber, die auch mit der Bergwacht, mit der Wasserwacht zusammen üben, um zum Beispiel dann auch jemand, der im Gebirge schwer verletzt irgendwo liegt, dann aufzunehmen unmittelbar und ins nächste Krankenhaus zu fliegen. Das kann in bestimmten Situationen die Polizei noch besser als ein Rettungshubschrauber und, und, und. Also ein ganz breites Einsatzspektrum. Und die häufigsten Einsätze waren im vergangenen Jahr auch übrigens die Suche nach vermissten Personen, wo wir mit den entsprechenden Kameras, auch mit Wärmebildkameras bei Nachtpersonen, wenn zum Beispiel ein schon, so mal, geistig etwas eingeschränkter Senior sich irgendwo verlaufen hat und die Kinder wissen nicht mehr, wo sie den Opa finden können, wo wir den dann eben mit dem Hubschrauber finden, bevor er was zustößt. Das waren allein im vergangenen Jahr über 100 Fälle, glaube ich, in Bayern, wo wir entsprechend vermisste Personen, manchmal sind es auch kleine Kinder, die irgendwo davon gelaufen sind, sie vielleicht selber nicht mehr wissen, wie sie zurückfinden. Also ein breites Einsatzspektrum, das wir ja auch mit den Hubschraubern der Polizei leisten können, so wie die anderen Dienststellen der Polizei auch. Ja, Herr Minister, Sie haben ja keinen Einstellungsstopp. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Eine Einstellungsstopp haben wir nicht. Wir stellen ständig weiter bei der Polizei ein. Wir stellen in diesem Jahr auf jeden Fall zwischen 1.500 und 1.600 neue Kollegen hinein. Aber es muss immer beschlossen werden im Landtag oder so, glaube ich. Die zusätzlichen Stellen sind vom Landtag bewilligt. Wir müssen natürlich alle ersetzen, die in Pension gehen. Das waren in den letzten Jahren über 1.000 pro Jahr 1.100, 1.200 Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die in den Ruhestand gegangen sind. Die müssen natürlich ersetzt werden. Und zusätzlich hat der Landtag noch jeweils zusätzliche 500 Stellen pro Jahr beschlossen, sodass wir in den letzten Jahren meistens 1.600, 1.700, dann manchmal 1.800 junge Kolleginnen und Kollegen eingestellt haben. Und wir haben Gott sei Dank schon starke Bewerberzahlen, sodass wir uns in der meisten Situationen wirklich auch die allerbesten aussuchen konnten. Wunderbar. Jetzt, wie sieht es denn so mit der Bezahlung aus? Manchmal sagt man ja, der Polizistenberuf im Grunde ist ja unterbezahlt. Da setzen Sie sich ja auch ein. Wir haben generell nicht nur für die Polizisten, sondern für die Beamten in Bayern eine sehr ordentliche Besoldung, die übrigens auch höher liegt als in den meisten anderen Bundesländern. Und so ist es dann auch für die Polizei mit Polizeizulage und dem allen. Also wir versuchen schon alles dafür zu tun, auch von den weiteren Beförderungsmöglichkeiten in der Karriere. Ja, ich glaube, das ist in der jetzigen Situation schon für viele auch ganz wichtig, dass sie natürlich, wenn sie gute Beamte sind, da eine unkündbare Position haben, sozusagen ein sicherer Arbeitsplatz. Wir müssen gleichzeitig aber, wir Bürgerinnen und Bürger in diesem Land schon feststellen, es ist aber auch ein sehr anspruchsvoller Beruf und auch ein gefährlicher Beruf. Denn wir sehen, dass Polizisten einerseits natürlich der Erwartung gerecht werden sollen, die Polizei, dein Freund und Helfer und immer freundlich, bürgernah auf die Menschen zugehen sollen. Und trotzdem jede Situation von einer Sekunde auf die andere in eine höchst gefährliche umschlagen kann. Plötzlich ja auch ein Polizist mit einem Menschen gegenüber konfrontiert ist, der eine Waffe zieht, ein Messer in der Hand hat, eine Pistole und und und. Auch das gehört leider zum Polizeialtag, also wirklich sehr anspruchsvoll. Und auch oftmals müssen die Beamte und Beamte auch die Waffe mal ziehen, weil sie eben auch so bedroht sind. Allzu oft, Gott sei Dank nicht, aber dazu haben sie ihre Schusswaffe dabei. Und ich sage schon auch klar, unsere Polizisten müssen nicht warten, bis sie sozusagen den ersten Schuss abbekommen haben. Wenn sie jemand bedroht, wenn jemand eine Waffe zieht, dann ist die Notwehrsituation gegeben, wo sie auch entsprechend reagieren können, wobei sie alle intensiv drin geschult sind, mögliche Situationen auch zu deeskalieren, wenn es irgendwo geht. Aber jeder Polizeibeamte hat das Recht, natürlich auch vom Notwehrrecht Gebrauch zu machen. Wenn jetzt einige Damen und Herren zuschauen und sagen, Mensch, das wäre was für mich, Polizistin oder Polizist zu werden, wie schaut denn so eine Ausbildung aus? Also erstmal, jeder, der da Lust hat, kann sich bei jeder Polizeidienststelle entsprechend melden. Wir haben in allen Polizeipräsidien die speziellen Einstellungsberater, Beraterinnen, die gibt es in jedem Präsidium. Und da kann ganz schnell ein Kontakt hergestellt werden, wenn jemand da anruft, eine E-Mail schickt, wie auch immer, und sagt, ich hätte da Interesse. Ja, es finden dann intensive Auswahlprozesse statt, weil wir in aller Regel wesentlich mehr Bewerbungen haben. Und es ist ja auch wichtig, einerseits die sportliche Fitness, auf der anderen Seite natürlich auch eine psychische Stabilität. Auch das wird intensiv getestet, wie groß man auch eine entsprechende Belastung, ein Stress und so weiter auch... Weil die Beamtinnen und Beamte werden ja manchmal beleidigt und angespuckt und alles Mögliche. Das kommt dann in der Ausbildung dazu. Insgesamt dauert die Polizeiausbildung zweieinhalb Jahre mit allem Drum und Dran. Da muss man dann in der Tat viel lernen. Die ganzen Rechtsmaterien natürlich lernen. Natürlich, man muss mal auch schießen lernen. Man muss dann auch nochmal zusätzlich gut noch mehr als der normale Führereinschein in Narber Auto fahren können. Und unter und unter gehört eben dann sehr vieles dazu. Ja, es gibt manche, die dann eben schon in den Auswahlstests das nicht bestehen. Aber ein Großteil doch. Wir können sehr gute Leute einstellen. Und die allermeisten schaffen dann auch durchgängig die Ausbildung und die Abschlussprüfung. Wie einfach, das interessiert sicherlich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie hält sich denn so der Innenminister fit? Also Sie kriegen ja immer mehr Themen rein, aber Sie sind immer so ausgeglichen. Und einfach, Sie können gut zuhören, Sie sind irgendwie so in der Ball aus. Ja gut, das ist jetzt, glaube ich, mehr eine Frage, sozusagen einfach des persönlichen Wesens. Aber klar ist natürlich auch, es gehört ja, so wie für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch natürlich auch dazu, dass man auch in bestimmten belastenden Situationen nicht in Panik gerät, sondern einen ruhigen Kopf behält und dann klare Entscheidungen trifft. Und dafür habe ich sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir das, glaube ich, über die Jahre auch immer wieder gut und vernünftig hingekriegt. Da bin ich auch sehr dankbar. Aber ich glaube, das wissen auch viele Menschen in unserem Land zu schätzen, wenn dieser Staat, wenn ein Ministerium, der Minister, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob das die Polizisten sind, ob das draußen auch in den Landratsämtern ist, ob das die Feuerwehren in bestimmten Einsätzen sind, dass da einfach alle sich bestmöglich für das Wohl der Menschen in unserem Land, aber im Ergebnis damit auch für unsere Gesellschaft, für Stadt und Land sich erfolgreich einsetzen. Herr Minister, vielen Dank für das schöne Gespräch und schön, dass es Sie gibt und Ihre tollen Beamtinnen und Beamte. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, das war das Gespräch mit dem Innenminister von Bayern, mit Herrn Herrmann und wir sehen uns wieder beim nächsten Löscherntag. Bis dahin, alles Gute. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit...